Dieses zu veräußernde sanierte Fünf-Zimmer-Bauernhaus steht in Bohmte Stürpe. Das im Jahr 769 erbaute Gebäude wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über drei Parkplätze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 6300 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 200 Quadratmetern auf. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 399.900 Euro. Wir freuen uns, die Nähe zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017